So Joachim, haben wir alles? Ja, wo ist denn dein Hut? Ich will der allerbeste sein. Hut? Safari-Hut. Das ist meiner. Ach so. Hier, ich habe auch einen für dich. So, bitteschön. Wie sieht es aus mit dem schönen Rick für das ganze Equipment? Ich habe meinen Pullover mit. Schwachsinn. 100% Baumwolle. Hier, das ist 100% Sicherheit. Zieh das mal an. Ach komm, lass den. Das ist doch Schwachsinn. Der passt mir doch sicher nicht. Das muss den Nacken. Aui, sie tun mir weh, Herr Knabe. Stell dich nicht so an, Jonas. Aui, ich heiß Sebastian. So, was brauchen wir alles? Kaffee, Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. Natürlich, schwarz, aber ne. Das ist dein Kaffee. Schöne Ration. Schön am Rick befestigen. Oh nein, ich habe es falsch zugeknippt. Voll Idiot. Reicht mir doch mal bitte die Canon 53L. Die hier? Genau. Einmal lächeln, bitte. Ja. Ähm. Ist schön geworden. Genau. Das ist auch der 3, äh, 85 Gensern. So ein BMW 3 Modell. Genau. Hier ist der Oscar 5 mit Doppelflexiglasverschnitt. 83. 35er. So, aber ist ein schönes Auto, oder? Ja. Ähm. Also, wer fährt das eigentlich? Hier ist der Steuer. Ich habe keinen Führerschein. Hast du alle Geräte umgelegt? Wo sind wir denn eigentlich? Malorca. Gut. Wollen wir? Ich bin vor allem scharf auf die, äh, Schillocks. Schillocks? Ja, hier soll jetzt ein Haufen Schillocks gehen. Da werde ich ein Auge drauf haben. Okay. Okay. Oh. Smetbow. Fotografiere ich. Genau. Habe ich drauf? Einmal frei. Habe ich drauf? Super. Oh. Na links. Hier unten. Dodri. Dodri. Schieß das Dodri ab. Herr Knabber, ist das krass. Ich geh doch mal auf das Dodri. Zeck das Dodri. Da hinten schauen Sie mal. Auf das Dodri fokussieren. Ja. Hab ich. Einmal frei Fotografie. Ihr Hut. Da hinten ist ein Bisotank. Was ist das? Bisotank. Da bräuchte ich das längere Objektiv. Zoom mal aufs Arschloch. Das, wieso? Schauen Sie mal. Okay, da bräuchte ich das andere. 43er. Gib mir die 43er Linse. Ja, gib mir doch raus, Mensch. fahr ich fahr schauen sie mal jetzt holen sie doch schnell das haus wo ist das wampel ich hab es verloren da oben im baum schauen sie ja knabung machen sie sofort ein foto ja da war ein paar sichtlos unterwegs schauen sie doch mal scheiß doch mal auf das schwannos halt mal drauf schauen sie mal hier ein verletztes todry oder so helf ihm nicht das ist gut für bild jetzt reich mir mal den 83 gramm ja war mit dem 83er objektiv ok was war das ich hab drauf hier da oben schauen sie halt still halt die karte ist weg streng dich mal an arnold sebastian zoom da auf das ist das denn das ist ein klammantarier das war schon wir sind im ziel das war aber eine große ausbeute oder nicht mein gott kollege mirror spiegel aber er war bei gott bei deutschland germany und jetzt ist heißer mirror wollen sie mir die kameras wieder einpacken ja hier kannst du einpacken hat sie eingeschmiert 38 grad ne im schatten ja so was will er denn wir kommen zurück hattest du spaß bei der erkundung des florian malle naturparks zeigen wir die fotos die digitalen die wir gerne da haben aber einige erwischt was soll das denn das ist ein smedbo das können wir nicht nehmen das ist doch viel zu weit weg sieht man gar nichts ja da hat ein pärchenflug im hintergrund noch ein verletztes dodry mit drei gebrochenen 10 das können wir nehmen schimpfett was war das noch mal hier das kleine affen ding was da weg gehüpft ist aber das habe ich noch erwischt das pizzo kann man besser erkennen man jonas das doch ein beschisseneres pizzo bild warum speicherst du es unter den ordner pizzo das ist shit poop dodry ah jetzt guck mal wenn das pokémon leidet das schafft identifikationswerte von den ganzen krankenhaus besuch hat die das können wir da gut vertinken am ende damit aufgemacht hat anderen geht es auch schlecht das ist ein traumfoto also zwei sterne kevin dass ich selbst übertroffen ja da haben wir noch ein einer der totalen und hier da wird es gerade gegessen ne ja also da ist ja wirklich wer gegessen wird und einmal kurz die fresse baum will scheiße was soll das ist das für eine scheiße so biso frank da meinten sie ich soll aufs arschloch aber da gab es kein warum ist dann der halbe baum drauf ja weil da kein arschloch war schwaunes auch nur ein arschfoto da bist du irgendwie arschfixiert digga darf ich ihnen schon mal einen kaffee anbieten wir zeigen jetzt erst meinen kollegen spiegel die bilder ach so der bewertet jetzt unsere bilder jetzt red doch mal mit ihm hallo kann ich auch so hören du affe ich freu mich echt dass sie mich mitgenommen haben jetzt hör auf zusammen sonst überlegt mir noch mal anders was sind die bohnen das sind die mauzi bohnen das fressen ja mauzis im urwald und dann scheißen die die bohnen voller aroma aus und das wird dann gemein nicht wie vorgeraschen so dass ganz aber das ist doch mit der bärkette ja also also goldstern dein bestes foto bislang so haben sie schon mal gesehen hat mich doch schon mal verbrannt guck mal hier ist nicht an belästigen uns sein ist ein evoli warte nein ich hab doch gleich hier bereit los mach auf nein das bleibt in der dings drin ist noch da ja es sitzt gerade richtig gut ich start den wagen ja ich wechsle aus dem dreier mercedes sehen wir da hinten vielleicht in der entfernung etwas oder das biet zu näher das biet zu kriegen wir gleich von der hauschen ja ja dreh dich doch nicht um bitte ich kann ich heute der 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 hässliche jawohl der mogni ja schau das wampel los drauf aufs wampel drauf ein weibliches aber wie sie haben recht ja wir haben sie das erkannt klar mit meiner brille sagen wir mal das blumenbeet mit der hau die bälle ja das schwebte was ja aber wir haben wir haben sehr gute fotos na ja besser als letztes mal ja definitiv machen wir haben wir das noch war das lieber einfach mal baum bilder haben wir in der hausne schöne hühnerpelle ja bei mir auch kapador oh ja schön aber hier ist noch ein bisschen grün aber da hat er nicht den mund aufguckt erst mal an fast wir rein so abfahrt bin ich mal mal gespannt aber langsam lerne ich jetzt langsam aus dem dreh raus mit dem apparat ich finde es auch ganz gut kommt nicht an meine fotografie aber schon sehr nah dran nein jetzt werden wir mal bei nacht das ganze angucken aber dann nehmen wir die flinte mit welche also das ist ein pokémon nein eine flinte ein gewehr sie haben bei nacht kann das philodellphron kommen so jetzt starten wir so bei nacht ist wichtig nicht die wir haben klein probieren mitgebracht oh es geht schon los wieso fang es geht schon los sind sie verrückt das war ein wahnsinns foto bin ich guck mal nach vorne los guck doch mal raufi oh raufi nein das ist doch kaputti kristallblume kristallblume pflück die pflück die gewehr gewehr flinte schnell die flinte sie haben eine waffe wo ist das wie schon mein himmel da oben fliegt sie haben es getötet so bitte einmal verstauen mit den 38er ja einmal bitte und hier krabbe und schletterer die schaffen alle nein meine totale manne totale digitale totale links 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 nein links das ist rechts du abgezücht ich habe drauf gehalten ich habe mein bestes gegeben da sehen wir gleich jetzt erstmal ein bisschen nährstoffe nachtankt war jetzt auch kräftezehrend was ist denn das das ist ein supertrank so zum wohl sagt dem jungen mann doch mal er soll die entwickelten fotos hier von rossmann zeigen das in ordnung oh das spritzt gerade ab beim 2er eakuliert ist nimm das tolles gruppenbild hier da meinte sie das ist das ist ein perfektes foto ist ja sicher wäre das mal aus wenn nicht kriegst du hier mit dem rohrstock aber das hat sie gesagt wenn das jetzt ich habe dir gesagt es gibt einen rohrstock aber die meinte das ist ein tolles bild die meinte wirklich dass es gut ist aufstehen hinsetzen dass du mich nicht noch einmal anlügst verstehst du ja jonas so weiter als sebastian so dass du die nicht gepflückt hat macht mich immer noch sauer die auf dem sandwich schön mit quatuzi scheibchen bisschen eigensalat drüber sei es so pfeffer dann noch so lachsschinken kapador schuppengesträusel und dann das aragorn schnitzel ob dieser samenschnitzel oben drauf sie machen das ist ein guter und mit pokémon essen klar was meinst du warum wir die entdecken willi ich würde mich hier verabschieden jetzt mal kurz spaß beiseite sie kennen meinen namen oder sebastian wir kennen uns jetzt schon drei monate basti ja sie sagen die ganze zeit andere namen also bern oder joachim doch du bist jetzt wieder frech hinstellen hinstellen wie heißt du sebastian bern oder joachim doch